Hallihallo und willkommen zu einem neuen Video auf dem Kanal von Daysplays. Ich bin der Vyron und ich möchte euch heute ganz kurz und schnell informieren, wie ihr über das im letzten Server-Tagebuch angesprochene Bauteam von unserem Lost Nation Server kommt. Und zwar, ich schaue direkt mal alle Infos raus, unten in der Beschreibung findet ihr einen Link zu einem Bewerbungsformular. Dieses müsst ihr dann bitte ausfüllen. Ich glaube, vier Fragen beinhaltet das, unter anderem, wie alt ihr seid, unter anderem, warum ihr ausgerechnet zu uns ins Bauteam wollt und noch ein, zwei andere Fragen. Ja, diese müsst ihr bitte ehrlich und, ja, lasst euch Zeit, also diese müsst ihr ehrlich ausfüllen und dann könnt ihr das Formular abschicken. Dieses werde ich dann einsehen können und der Linus und dann werden wir uns ein paar Leute, die unser Interesse geschöpft haben, rauspicken und mit denen vielleicht nochmal sprechen. Ja, lasst euch bitte Zeit beim Ausfüllen des Formulars und wenn irgendwer Probleme hat oder aus irgendeinem Grund diese Google Docs, Google Formulas nicht öffnen kann oder was weiß ich, dann schreibt es einfach in die Kommentare, wenn ihr Rückfragen habt zu den Formularen, schreibt es hier in die Kommentare. Also schreibt alles, was euch auf dem Herzen liegt, einfach hier in die Kommentare und ich werde das dann auch so schnell wie es geht beantworten. Ja, dann viel Spaß beim Formular ausfüllen und dann soll es das von meiner Seite eigentlich auch schon gewesen sein. Einige Fragen möchte ich noch klären und zwar die erste Frage vielleicht, die sich mit Sicherheit jeder stellen wird, Bauteam. Ja, was heißt das denn eigentlich? So genau haben wir das noch gar nicht definiert. Was für uns ein Bauteam sein soll, ist ein Team, auf das wir uns verlassen können, was auch alleine auf dem Server zurechtkommt, was vor allem Häuser bauen kann und auch schön bauen kann und aber auch vor allem viel Zeit hat und viel bauen kann, weil wir selbst nicht immer so viel Zeit haben, weil wir auch noch in der Schule sind, wie wahrscheinlich viele andere von euch auch. Das macht aber eigentlich überhaupt nichts aus. Hauptsache, ihr habt einfach immer mal hier und da ein bisschen Zeit, seid nicht zu inaktiv und könnt natürlich schön bauen. Und ja, ein kleiner Tipp noch für die Bewerbung, wenn ihr dieses Formular ausfüllt, dann gibt es dort auch eine Frage, wo ihr einen Link angeben müsst von einem Screenshot, den ihr bitte vorher auf imguer.com hochladet und nehmt euch da richtig schön Zeit, baut lieber ein bisschen länger dran und macht was richtig Schönes, als dass ihr irgendwas Schnelles nicht unbedingt so Wunderschönes raushaut. Also lasst euch da Zeit, weil wir wollen wirklich nur die Crème de la Crème, weil wir einigermaßen hohe Ansprüche stellen. Wenn es euch gelingt, diesen Ansprüchen gerecht zu werden, dann kommt ihr ins Bauteam und ja, dann werden wir sehen und würden wir euch weiter einleiten, aber dazu wollen wir jetzt noch gar nicht kommen. Ich will noch keinem falscher Hoffnung machen oder anderes. Also bewerbt euch einfach, jeder kann sich bewerben. Eure Bewerbung könnt ihr auch im Nachhinein nochmal verändern. Heißt, wenn es beim ersten Mal nicht direkt alles perfekt reingeschrieben wurde, könnt ihr nochmal später bearbeiten. Ist also geil.